Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zu Google Earth Studio von Golem.de. Wir fangen gleich mal an mit einem Lernprojekt. Wir könnten auch Schnelleinstiege wählen. Hier gibt es so ein paar Vorlagen, die so ein paar einfache Kamerafahrten schon mal machen, aber das wollen wir nicht. Wir gehen gleich mitten rein und machen ein neues Projekt. Die Zahlen hier brauchen wir nicht zu ändern. Das stimmt schon alles. Wir klicken auf Starten und dann haben wir hier unsere Arbeitsoberfläche. Unten ist unsere Timeline. Hier ist ganz klar das Sichtfeld, in dem wir dann unsere Kameraeinstellungen sehen. Jetzt suchen wir uns einen Ort aus und wir wollen an den Strand und zwar nach Portugal. Wenn wir hier sind, dann können wir einfach mit der linken Maustaste die Welt unter uns bewegen. Wenn wir Alt gedrückt halten, dann kriegen wir hier so eine schöne 3D-Ansicht. Und dieser Strand ist halt auch schon von Google modelliert. Das ist nicht bei allen Stränden so, das ist auch nicht bei allen Städten so. Aber das hier bietet sich eigentlich doch recht an für einen kleinen Rundflug. Was wir hier sehen, sind die Attribute, die jetzt erstmal voreingestellt sind. Das lässt sich als Slider ganz einfach hier verändern. Wir können die Kameradrehung, Neigung verändern, ganz graduell oder können auch selbst Zahlen eingeben. Die Kameraeinstellung selber, die können wir hier oben ändern. Wir könnten also auch von oben drauf gucken oder uns andere Ansichten auswählen. Aber wir bleiben mal hier bei unserer Ansicht. Wir sehen hier in der Mitte das helle Feld. Das ist unser Sichtfeld, was am Ende gerendert wird. Hier oben haben wir eine Abspielsteuerung, die den Vollbildmodus, einen Loop ermöglicht, bildweises Zurückgehen und das Zurückgehen ganz an den Anfang. Und mit Space können wir auch die Sequenz abspielen. Da befindet sich jetzt noch nichts drin, weil wir jetzt noch nichts animiert haben. Und deswegen fangen wir damit gleich erstmal an. Aber bevor wir anfangen, gucken wir hier nochmal kurz rein. Das sind nämlich Attribute, die wir zusätzlich noch aktivieren können. Dazu gehört unter anderem das Kameraziel, weil das Kameraziel jetzt im Moment ist einfach da, wo wir hingucken und hat keine eigene Steuerung. Dann sieht das nämlich so aus. Wenn wir aber ein Kameraziel definieren, dann können wir diesen Punkt hier nehmen und können den auch bewegen und können den separat animieren vom Rest der Kamera. Dann können wir das Sichtfeld anpassen. Wenn wir dieses Attribut hinzufügen, dann haben wir hier unten einen animierbaren Wert, der sozusagen die Brennweite der virtuellen Kamera verändert. Wir können die Tageszeit verändern und auch die Position der Sonne. Das bringt aber nicht viel, weil nachts sind hier keine Lichter an. Also das haben wir schon ausprobiert. Das ist dann halt einfach nur dunkel. Und wir können Wolken an- oder ausschalten, aber da wir hier am Strand sind, wollen wir keine Wolken. Es gibt noch weitere, wie zum Beispiel, wenn es Tiefenmessungsdaten gibt vom Ozean, dann können wir das anzeigen lassen. Und die 3D-Gebäude sind schon an. Die würde man hier mit ausblenden können. Und das würde einen Rollen der Kamera hier unten hervorrufen. Das sollen wir aber auch alles nicht, sondern wir wollen ganz einfach mal starten. Und dazu suchen wir uns eine hübsche Startposition aus. Vielleicht fliegen wir hier so ein bisschen von hier hinten da an dieser Landzunge entlang. Zur besseren Orientierung ist das ganz günstig. Und wenn man dieses zweite Fenster anhat, dann sieht man nämlich, wo man sich gerade genau befindet. Und man kann auch die Kamera hier anfassen und ziehen. Dann bewegt die sich auch. Wer schon mal mit Animationsprogrammen gearbeitet hat, dem dürfte das Konzept hier bekannt vorkommen. Das sind hier sogenannte Keyframes, Schlüsselbilder, die gesetzt werden. Und für die Animation setzt man einfach in bestimmten Abständen ein solches Schlüsselbild. Und den Rest übernimmt der Rechner. Der rechnet sozusagen dazwischen aus, wie die Bewegung aussehen sollte. Wir können das ja mal ganz simpel machen, indem wir hier ganz am Anfang einen Keyframe setzen. Wir setzen Keyframes für alle Parameter, indem wir hier oben draufklicken. Und da haben wir unseren ersten Keyframe gesetzt. Und jetzt gehen wir mal vielleicht bis hier irgendwo hin. Und zoomen ein bisschen raus. Und gehen nach hier. Und setzen unseren zweiten Keyframe. Und dann haben wir unsere erste Animation schon vollbracht. Soweit, so gut. Und als nächstes könnten wir uns vielleicht hier entlang bewegen. Und ein bisschen in die Stadt schauen. Setzen wir hier den zweiten Keyframe und gucken uns die Animation einmal an. Soweit, so gut. Finde ich jetzt nicht so hübsch. Wir können diese Keyframes hier hinten mit Entfernen einfach löschen. und machen uns ein paar neue. Und landen hier unten am Strand. Mal sehen, wie das aussieht. Was wir feststellen, ist, dass die Animation recht unvermittelt anfängt und dann auch recht unvermittelt abbricht. Das muss aber gar nicht so sein. Denn wir können diese Keyframes auch beeinflussen. Und zwar mit sogenannten Bézier-Kurven. Dazu können wir auf den Keyframe draufklicken. Und mit der rechten Maustaste können wir auswählen, wie sich dieser Keyframe verhält. Die Wahlmöglichkeiten sind hier automatisches Easing. Dann versucht das Programm zu ermitteln, was wahrscheinlich die günstigste Variante ist für den Keyframe. Ease-In bedeutet, dass sich die Animation, wenn sie sich auf den Keyframe hinzu bewegt, etwas verlangsamt. Und Ease-Out bedeutet, dass sie, wenn sie sich vom Keyframe weg bewegt, etwas verlangsamt. Das heißt, hier am Anfang wollen wir also Ease-Out. Und hier in der Mitte hat er das schon selbst gesetzt. Das sieht man daran, dass hier diese kleinen Anfasser da sind. Wenn wir das mal aufmachen, dann sehen wir hier so eine Kurve, die wir auch selbst anpassen können. Das heißt, das fängt hier relativ linear an. Und dann wird das halt so ein Bogen. Wir können das wieder schließen. Wir können mehrere von den Parametern auswählen, weil wir wollen ja auch mehrere Keyframes mit einmal beeinflussen, indem wir einfach Shift drücken. Dann klappt er die alle aus. Und wenn wir die dann auswählen, dann können wir mit der rechten Maustaste jetzt unser Ease-Out setzen. Und dann kriegen wir hier solche Anfasser. Und damit können wir bestimmen, wie lang sozusagen dieser Zyklus dauert, also wie lange er sozusagen braucht, um auf die volle Geschwindigkeit zu kommen in der Mitte, um dann wieder zu verlangsamen. Wenn wir die anfassen und bewegen, dann sehen wir aber, da bewegen die sich hoch und runter. Das wollen wir gar nicht. Deswegen halten wir Shift und ziehen die einfach auf einer geraden Linie. Und dann sehen wir, die Animation fängt langsam an, wird dann schneller, wird dann wieder langsamer, wird wieder schneller und dann hört sie einfach plötzlich auf, was wir auch nicht wollen. Das heißt, wir wählen jetzt noch die Keyframes hier hinten aus und sagen hier Ease-In. Nehmen die Anfasser und ziehen die mit Shift gedrückt auch dorthin. Und dann sehen wir, sie beginnt langsam, beschleunigt sich, geht über den schnellsten Punkt hinaus und landet sanft hier am Strand, da wo wir hinwollen. Soweit so gut. Wenn wir einzelne Keyframes auswählen, können wir diese Kurve auch bearbeiten. Das heißt, hier gibt es wieder so einen Anfasser und dann können wir das hier manipulieren. Wenn wir es falsch gemacht haben, können wir jederzeit STRG-Z drücken. Das funktioniert hier drin. Und wir haben ebenfalls die Möglichkeit, Positions-Keyframes hier, die werden uns hier angezeigt, die auch zu verschieben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir möchten doch lieber diesen Flug hier nehmen, dann könnten wir das so tun. Das macht uns jetzt die Animation ein bisschen kaputt, deswegen drücken wir STRG-Z, lassen das so und begeben uns zum nächsten Punkt. Und das ist dann auch schon das Rendern. Wenn wir mit unserer Animation zufrieden sind, dann können wir sie rausrendern. In unserem Fall ist die jetzt ein bisschen zu lang. Die geht ja 250 Bilder. Wir brauchen aber hier eigentlich ja nur 195 oder so. Wenn wir mit dem Cursor hier auf die Zahl gehen, auf das Bild gehen, wo wir das enden lassen wollen und dann N drücken, dann wird der Arbeitsbereich, und das ist auch der Bereich, der dann rausgerendert wird, auf diesen Wert gesetzt. Da sieht man dann hier so ein gelbes Ding, was man auch selbst per Hand dann verschieben kann. Wenn wir hier auf Render klicken, dann bekommen wir die Animation noch mal kurz angezeigt. Und wir können auswählen, wo die Quellenangabe hingepackt wird. Die Quellenangabe muss unbedingt eingeblendet werden. Ich würde sagen, wir machen die mal nach unten links. Und dann gibt es hier unter Erweitert noch die Möglichkeit, die Tracking-Daten, die hier erzeugt wurden, für die virtuelle Kamera an After Effects oder auch als einen JSON-Datensatz zu exportieren. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Und die Texturqualität soll hoch sein. Und eigentlich sind wir dann soweit. Als nächstes drücken wir dann Starten, um das Rendern der Animation zu beginnen. Und was passiert ist, dass die Animation hier lokal auf dem Rechner gerendert wird. Das heißt, das findet nicht in der Cloud statt bei Google, sondern das passiert hier auf dem Rechner. Was auch bedeutet, dass wenn wir den Fokus wegnehmen von dem Tab, in dem sich Google Studio befindet, indem wir zum Beispiel bei Golem uns die neuesten Nachrichten durchlesen, dann stoppt das Rendern. Und wir kriegen hier so eine Achtungsmeldung und können das Rendern dann aber auch fortsetzen. Selbst wenn wir dieses Projekt hier verlassen, wenn wir den Tab oder den Browser schließen, behält das Programm im Überblick, wo wir gerade waren und kann dann im Anschluss weitermachen. Das gilt aber nur, wenn wir auch vorher mal gespeichert haben. Und wenn wir uns jetzt hier mal kurz ansehen, was der Rechner macht, dann sehen wir, der hat hier zu tun. Das passiert also im Hintergrund. Und wir sollten aber das Browserfenster offen lassen und den Fokus hier. Und wenn wir dann mit der Animation fertig sind, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Und so sieht dann unsere gerenderte Animation aus. Das kann man sicherlich noch ein bisschen aufhübschen. Schön wäre eigentlich, wenn es auch ein bisschen Bewegungsunschärfe gibt, aber vielleicht kommt das ja noch. Das ist ja auch noch eine Beta. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hoffen, es war hilfreich. Und bis zum nächsten Mal.